Moin aus Hamburg, ich bin's wieder, euer Cinemark. Haha, Mensch, fast genau ein Jahr ist es jetzt her, da habe ich das Heimkino aufgegeben. Naja, richtig aufgegeben nicht, aber ich habe mir gesagt, alles muss raus. Leinwand raus, Beamer raus, das Schwarz muss weg, ich wollte einen hellen Raum. Ihr kennt es ja, ich habe es euch ja schon mal vorgestellt, den aktuellen Raum, wie er jetzt aussieht. Aber es ist was passiert. Ich durfte vor kurzem bei einem sehr netten Kollegen mir sein Heimkino anschauen. Der hat wirklich mit einem Pipapo, mit einem großen 4K-Beamer, Laserbeamer, mit 7.1, sogar mit Deckenlautsprechern, also DTSX, Atmos, alles dabei. Vier Meter Leinwand, phänomenal und ich bin total angefixt. Ich will wieder ein Heimkino. Viele denken jetzt wahrscheinlich, Gott, hat der eine Macke? Es ist, wie es ist. Es muss unbedingt sein. Lieber gestern als heute, aber gut, ich muss mich ein bisschen gedulden. Es wird ein längeres Projekt und ich möchte euch ganz gerne daran teilhaben lassen. Ich möchte ganz gerne euch zeigen, was treibt mich, was kaufe ich, was möchte ich haben, welches Konzept habe ich. Und so will ich euch Stück für Stück daran teilhaben lassen. Das ist natürlich ein Etappenziel. Es wird auf alle Fälle spannend. Heute fangen wir mit meinem Brainstorming an. Meine Gedanken will ich euch einfach mal mitteilen. Wie plane ich, wie grob habe ich mir das vorgestellt? Es ist eine spannende Geschichte. Bleibt dran, seid gespannt. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein neues Heimkino mache, dann mache ich es richtig. Ich habe ja nun einige Erfahrungswerte gesammelt mit dem letzten und auch mit dem Umbau. Es wird definitiv nicht wieder eine schwarze Höhle werden. Ich werde es natürlich farblich nicht so hell gestalten oder so hell lassen, wie es jetzt ist. Sondern ich denke mal, es wird einen schicken Grauenton geben. Vielleicht ein Dunkelgrau an der Decke, vielleicht helles Grau an den Wänden. Mit dem Teppich muss ich dann mal gucken, in welche Richtung ich da gehe. Farbspiel ist, wie gesagt, alles erstmal noch in ganz, ganz groben Zügen. Auf alle Fälle, was ich sowieso weiß, was feststeht, ist, ich gehe mal da hin. Dann, mein gutes Stück, das Betthorn, das wird auf alle Fälle bleiben. Ich bin noch am überlegen, ob ich den so stehen lasse und mir einen zweiten dazu bastle, so ein kleines Schmuckstück. Und das dann als Podest nehmen, weil der hat ja vernünftige Abmaße. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Holz dazunehmen, sodass ich ein vernünftiges Podest hinkriege für eine zweite Reihe. Die Höhe passt auch, eigentlich alles top. Wichtig ist auf alle Fälle, was mir jetzt beim nächsten Heimkino ganz, ganz wichtig ist, und das hat mich früher beim alten Heimkino ein bisschen gestört, ich hatte die Leinwand an der Außenwand und die Sitzreihe war ungefähr hier. Das heißt, ich habe einen spannenden Film geguckt. Es war, wie gesagt, ja, schwarze Höhle, es war total dunkel. Gerade spannende Szene, außen zum Raumbereich kamen irgendwelche Geräusche, und auf einmal geht hier die Tür auf, du merkst es nicht, weil es ist ja gerade relativ laut, und auf einmal steht jemand neben dir. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und das möchte ich jetzt ganz gerne vermeiden, sodass ich dann die Tür im Blick habe. Dementsprechend möchte ich mein Heimkino, wenn es jetzt das La Max 2 sozusagen wird, einmal komplett drehen. Das wird die Rückwand, und auf die Seite kommt die Vorderseite. Nochmal ganz kurz zu den Raummaßen, damit ihr euch ein bisschen Bild machen könnt. Die Breite ist so bei 3,85 Meter, und die Länge liegt ungefähr bei 6 Meter, 6,05 Meter, irgendwie sowas. Ihr müsst das nochmal ganz genau ausmessen, aber das sind ungefähr die Raummaßungen. In Raumhöhe habe ich hier 2,35 Meter. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen, weil ich möchte auch ganz gerne Diffusoren an der Decke haben, sodass ich nicht immer dann mit dem Kopf, ich bin ja nur nicht gerade klein, nicht immer mit dem Kopf da lang schramm, ist das eigentlich optimal. Ja, was möchte ich noch ganz gerne sagen? Was steht auf alle Fälle fest? Fest steht, dass ich das Gestühl erstmal übernehmen werde. Das ist ja relativ variabel im Heimkino. Das kann ich später noch austauschen, wenn ein bisschen mehr Geld dann übrig bleibt, für eine nette Sitzgruppe, wie auch immer. Das bleibt erstmal fix drin. Und ich habe mir gedacht, diese guten Stücke hier möchte ich eigentlich ganz gerne behalten. Nun habe ich jetzt erstmal nur noch zwei davon, aber ich möchte ein vernünftiges 7.1 System aufbauen. Und alles mit gleichwertigen Lautsprechern. Dementsprechend muss ich hier noch fünf gute Teile von bauen. Definitiv, was auch als nächstes kommt, ich gehe natürlich auch ein bisschen mit der Zeit. Es gibt eine mikroperforierte Leinwand, die ich dann hier schön aufspanne. Meine Wunschbreite wäre dann so bei drei Meter, vielleicht drei Meter zwanzig kriege ich ungefähr hin. Dahinter dann die Klötze. Da mache ich mir dann als Center aber auch so ein Standlautsprecher. Da brauche ich ja keinen querliegenden Center. Da steht ja schön vernünftig hinter der Leinwand. Sieht man ja nicht. Und ich habe hier dann die Möglichkeit, auch wenn ich das Heimkino gedreht habe, dass ich an den Seitenwänden vernünftig die Surround-Lautsprecher aufstellen kann für ein 7.1 System. Dass die Backsurrounder nach hinten wandern mit einem vernünftigen Abstand. Das war vorher leider nicht gegeben, auch unter anderem durch diese Tür. Ja, ich habe dann noch zur Auswahl, was mache ich? Bleibe ich bei Full HD oder gehe ich auf UHD 4K beim Projektor? Das, was ich natürlich jetzt letztens gesehen habe, war ein Laserprojektor, UHD. Das war schon der absolute Wahnsinn, sage ich ganz ehrlich. Aber der war auch in der Preisklasse weit im vierstelligen Bereich. Nee, Entschuldigung, fünfstelligen Bereich war der schon angesiedelt. Das wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber ich werde versuchen, in die Richtung zu gehen. Da muss ich natürlich noch ein bisschen für sparen. Dementsprechend, das wird auch ein längerfristiges Projekt. Ich werde als erstes den Raum angehen, farblich und mit der Raumakustik. Und dann kommt nach und nach der Rest mit dazu. Aber, was habe ich noch vergessen? Ja, wenn ich natürlich bei UHD und 4K oder vielmehr 4K bin, den Zuspieler. Das wird dann natürlich auch ein Zuspieler, der das dann dementsprechend auch wiedergeben kann. Ich glaube, Dolby Atmos, DTS-X, nee. Oder? Ich weiß nicht. Also, ich habe es da gehört. Es war nett. Es war schick. Muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Aber ich müsste dann ja, wenn ich konsequent mein Ziel weiter verfolgen möchte mit den Lautsprechern hier, müsste ich die Teile an die Decke hängen. Nee, das kannst du ja knicken. Das kannst du ja total vergessen, weil da wird ja nichts draus. Dann knallt ihr den nachher auf den Dötz und dann hast du ein Problem. Dementsprechend, glaube ich, werde ich das auf alle Fälle lassen. Ich werde, glaube ich, bei 7.1 bleiben. Das Einzige, was noch interessant wird, was mir gerade einfällt, was mir auch so durch den Kopf geschwebt ist, was mache ich mit einem Subwoofer? Habe ich mir einen zweiten Riesenklotz da ans Bein oder haue ich mir einen DBA rein? Das wäre natürlich auch geil. Also der bleibt auf alle Fälle oder dann noch zusätzlich ein DBA, also das Double Bus Array, das sich dann auch hinter der Leinwand verschwinden lässt und dann im Rückbereich vielleicht dann ein bisschen die Wand vorziehe, sozusagen, damit ich da auch einen Platz habe für die anderen Subwoofer. Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt. Viele fragen sich jetzt vielleicht, was ist denn das überhaupt für ein Platz? Wenn ihr es noch nicht wisst, die guten Stücke nennen sich das Viech. Ich habe darüber auch schon ein Video gemacht. Guckt es euch einfach mal an, da erkläre ich das ein bisschen genauer, auch wie ich es gebaut habe, damit ihr ungefähr wisst, wovon ich spreche. Insgesamt spreche ich dann praktisch hier von einem Heimkino mit einem Ton, der von Hörnern wiedergegeben wird. Backloaded Hörner, die einen Wirkungsgrad von ungefähr, ich würde mal schätzen, 97 dB bei einem Watt Zuspielung. Auf einem Meter Entfernung haben. Wenn ich jetzt einen entsprechenden Receiver habe, der dann bei 100 Watt liegt, komme ich auf ohrenbetäubende Lautstärken. Ihr merkt, das ist ein bisschen was zu tun, aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe echt Blut geleckt. Ich möchte das Projekt am besten schon gestern fertig haben. Genau da liegt aber das Problem, denn das habe ich früher schon gemacht. Früher den dritten Schritt vor dem zweiten gemacht und dann gemerkt, oh, da hast du jetzt schon was hingebaut. Jetzt kommt eigentlich die Sache, die davor wäre. Dann musst du alles wieder zurückbauen. Das möchte ich jetzt ganz gerne vermeiden. Deswegen versuche ich mich selbst ein bisschen zu bremsen und zu sagen, okay, mach es langsam, mach es ordentlich. Das gute Stück, wenn es steht, soll ja auch ein paar Jahre halten. Deswegen, auf alle Fälle will ich das durchziehen. Ich will es machen und ich hoffe, dass alles mitspielt, so wie es soll. Dass mein Kameraassi auch immer Zeit hat und mich dann auch dementsprechend bei den ganzen Sachen, was will ich kaufen, warum will ich es kaufen, wie installiere ich das, wie baue ich das, alles schön verfilmen zu können. Also, seid gespannt. Es wird ein super geiles Projekt. Ich freue mich riesig und gerade auch euch daran teilhaben lassen zu können. Dementsprechend, lasst ein Like da, einen Kommentar, immer gerne gesehen, ihr wisst es ja. Und hier unten irgendwo der berühmte Abonnieren-Button. Klickt einfach auf, ihr habt ein Abo sicher. Ihr wisst ja, jede Woche kommt ein neues Video. Dementsprechend, macht's gut. Moin aus Hamburg.